Musik Ja, mit einer Frau so privat zu reden. Ja. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, aber sie fühlen sich von sich selbst ermächtigt. Das sagen sie ja selbst. Na, sie sagen höhere Bildung sei ein Witz. Und behandeln sie so. Und behandeln sie auch so. Und gestehen die Vorliebe ein, in ihrem Seminar den Patriarchen zu spielen. Dies zu gewähren, das zu verweigern. Und ihre Studenten zu... Jeder weiß, dass Papa dich fickt. Aber was keiner weiß, ist... Ich sehe, es dir gefällt. Es gefällt dir, ha? Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020